heute geht es für mich um ein ganz ganz entscheidendes wichtiges thema das mein leben geprägt hat das vor allem auch mein training geprägt hat als beispiel möchte ich mal ein ganz ganz tolles sprichwort das im hintergrund vielleicht gleich zu sehen ist wiedergeben das auch teilweise mein leben widerspiegelt und zwar nur tote fische schwimmen mit dem strom lebendige dagegen und das habe ich in jungen jahren gelernt dass es nicht immer das beste ist was vielleicht die meisten tun egal ob das jetzt beruflicher hinsicht ist oder ob das jetzt auf das krafttraining oder eben auch auf die ernährung bezogen ist es kann sein dass dieses system natürlich funktioniert aber selbst wenn das 99,9 prozent machen heißt es nicht dass es das beste ist oder dass es nichts gleichwertiges gibt mein erstes sage ich mal für mich persönlich wichtiges größeres lebensziel baden württembergischer meister in der einzelne ziel im leichter leben zu werden und wie dem auch sei ich habe es mit 16 jahren geschafft da bin ich baden-württembergischer meister im spürwurf geworden habe vielleicht auch in dem tag ein bisschen lücke habe wie auch immer aber ich habe meinen lebenstraum damals erfüllt und für mich war das eine bestätigung auch wenn die anderen sagen nee das schaffst du nicht weißt das wollen ja alle du kannst es trotzdem schaffen natürlich braucht man eine entsprechende genetik aber jeder hat irgendwo eine spezielle genetik um außergewöhnlich gut zu sein in körperlicher hinsicht von der figur vom denken von der konzentration von der art und weise wie er vielleicht andere motivieren kann wie du vielleicht andere motivieren kannst wie du redest wie du schreibst jeder hat ein einzigartiges talent davon bin ich fest überzeugt das problem ist nur dass man sich dann von der gesellschaft vieles ausreden lässt dass man das und das nicht schaffen kann oder das ist zu weit her geholt das kriegt man nicht hin und andere wollen es auch und weißt du das schafft ja fast niemand alle erfolgreichen menschen haben einen anderen glauben die glauben an sich die glauben an ihre fähigkeiten die lassen sich nichts ausreden bei mir war es eben früher leichter lege ich das erste mal so dass ich nicht geglaubt habe ein paar jahre später war es übrigens ein beruf das gleiche mein größter wunsch war ist ich könnte noch viel mehr davon erzählen übrigens mein größter wunsch war es selbstständigkeit im fitnessstudio und ich hatte im vorfeld kein selbstvertrauen ich habe kein geld und mein umfeld hat gesagt ja stefan da kannst du ja kein geld damit verdienen im fitnessstudio damals war das auch noch nicht so populär wie jetzt da kann ich nicht davon leben und guck mal das an die anderen die wenn alle insolvence an und sind unglücklich mit ihrem arbeiten und ich habe aber diesen traum gehabt und ich habe mir vorgestellt mensch das wäre doch toll wenn ich mein traum verwirklichen könnte wie gesagt das umfeld hat gesagt ja es geht nicht hast kein geld brauchst geld und schaffst du nicht und da gibt es tausend andere du hast keine ahnung von der materie aber ich habe nicht aufgegeben an mich zu glauben am ersten sehnten 1993 habe ich dann mein lebenstraum verwirklicht mich selbstständig zu machen mit einem fitnessstudio habe ich ein ganz ganz kleines fitnessstudio übernommen und ich war sehr glücklich und sehr dankbar und bin es auch heute noch dass ich diese erfahrung habe machen dürfen mittlerweile habe ich drei fitnessstudios hier im umkreis und bin ein sehr sehr glücklicher mensch ich habe auch ein fantastisches team nebenbei bemerkstens würde es natürlich nicht funktionieren ich habe ein super top team ja und auch damals mit dem training war das so ich habe dieses trainingssystem in dieser richtung kennengelernt dass man eben zwei mal eine halbe stunde in der woche auf meisterschaften gehen kann das habe ich dafür habe mich dafür interessiert alles hat eigentlich dagegen gesprochen dass es funktionieren sollte es hat praktisch niemand danach trainiert und es gab auch keine wirkliche literatur darüber außer von kiesertraining und das war eher so reha bereich damals auch rückentraining und niemand hat eigentlich so trainiert aber wenn ich jetzt gedacht hätte wie die meisten ja das kann ja nicht funktionieren das ist zu wenig die andere trainieren auch nicht danach dann hätte ich mich gar nicht getraut das zu testen aber ich habe anders gedacht ich habe mich vom durchschnitt abgehoben ich habe an mich geglaubt und ich habe in das trainingssystem geglaubt und ich habe damit erfolg gehabt bessere erfolge wie mit dem herkömmlichen training und immer wieder hat es sich bestätigt denk nicht wie der durchschnitt geh einen anderen weg es gibt manchmal gleiche gute oder sogar bessere möglichkeiten der motto lautet auch genieße dein leben nicht nur fitnessstudio bereich es gibt auch noch andere dinge es gibt auch noch ein freundeskreis wo man nicht vernachlässigen sollte meine meidung natürlich wenn du alles im fitnessstudio hast schön für dich aber es gibt andere die wollen halt für ihre gesundheit was machen für ihre figur was machen aber nur eben das notwendigste und da ist das economic training eben perfekt und zusätzlich noch auch für die leute wo bisher regelmäßig trainiert haben und irgendwann nicht mehr weiterkommen sofern die rahmenbedingungen stimmen und trotzdem schon längere zeit wochen monate keine ergebnisse erzielt hast und du hast auch noch vielleicht noch nicht ein genetisches potenzial ausgeschöpft da empfehle ich ganz klar trainier weniger trainier intensiver trainier kürzer gehen richtung high intensity training gehen in richtung economic training und lass dich überraschen was dann passiert oft bessere ergebnisse bei geringerem aufwand und jetzt gebe ich das trainingssystem weiter an euch die wo interesse haben die wo kein interesse haben müssen es nicht annehmen ich glaube für das ganzkörper training habe ich jetzt 16 oder 17 minuten gebraucht mit 162er durchschnittspuls und 170er maximal puls ich habe also auch gleichzeitig ein intervalltraining gemacht hier steht knapp 16 minuten mega so trainiere ich jetzt 120 minuten das training motivierter konzentrierter effektiver wenn ihr das video gefallen hat gibt mir einen fetten daumen hoch und bis zum nächsten video bis zum nächsten video